Sehr geehrte Damen und Herren, heute steht auf der Tagesordnung die Petition der Gewerbetreibenden der Jahnallee, die dafür werben, dass sie weiter ihrem Geschäft nachgehen können für ein buntes Quartier. Doch bis jetzt haben wir schon viele Tatsachen geschaffen, bzw. die Verwaltung hat diese geschaffen, trotz der Beschlusslagen, die es gibt, mit den Gewerbetreibenden dieses zu entwickeln und mit diesem intensiven Austausch zu suchen. Deswegen fordern wir heute von der Verwaltung und von unseren Stadtratskollegen ein, diesen Diskurs möglich zu machen und gemeinsam mit den Gewerbetreibenden und den Anliegern für eine lebendige und eine sichere Straße in einem lebendigen Waldstraßenquartier zu sorgen.